Soll ich ja alles bezahlen? Ja natürlich! Wozu hat man denn Vater? Wissen Sie? Aber der ist doch kein Geldesel. Aber der hat eine Firma. Ja, das ist ganz normal. Guten Tag! Guten Tag! Papa, ich brauche... Ihr Herr Vater ist im Betrieb. Ja, dann holen Sie ihn. Ich habe nicht viel Zeit. Und ich habe auch nicht viel Zeit. Sie sehen, ich habe zu arbeiten. Hören Sie mal, ich habe es eilig. Mein Wagen steht im Parkverbot. Und ich habe zu tun. Und außerdem hat Ihr Vater gesagt, Sie möchten bitte warten, bis er kommt. Warten! Warten! Wissen Sie was? Sie... Ja bitte! Sie... Ach, vergessen Sie es einfach! Ja, das würde ich auch mal sagen, Frau Leintchen.